ok das war vorhin wirklich nicht so du hast doch das blut oder was das bitte für eine mp5 jungs im anfangsraum hängt eine mp5 habt ihr euch die mal gekauft nein wie sieht die denn aus keine ahnung ich komme an warte auf dem band bildet ihr aus wie von seid ihr denn hier koko koko ach so ihr wolltet ja nehmen das nein liegt jetzt ein leichter ist klar man kann nichts mehr werden werden blut gehabt ja ich oder wir alle und ihr doch genug wollte ja alle weise ist das ding folgen naja ich werde erst mal diese blaue kugel besuchen ja so wie ich auch schon die ganze zeit die muss auf jeden fall irgendwo sein wo man die erreichen kann nee die muss man ja messern deswegen muss sie irgendwo sein wo man sie eigentlich sehen kann gibt es hier ein bällebad ein bällebad ach martin die mp5 gefällt mir muss ich sagen und mal was anderes ich finde das ja generell immer was anderes die leute können wirklich sagen haben sie selber gemacht keine ahnung ob die von irgendwo ist battlefield oder so ne battlefield wird es nicht sein von der strecke gibt es keine mp5 keine ahnung an welchem spielte die an mp3 nach nein die ist nicht von mp3 digga ich kenne doch grundsätzlich ist alle mp5 oder das killingfloor oder so ich weiß es nicht killingfloor kenne ich jetzt weiß ich nicht wie ein mp5 aussieht habe ich mir da noch nie gekauft erinnert mich aber auch nicht an mp3 hast du sie dir gekauft hast ja nie die ist nicht von mp3 mit kohler wendeltreppe speedkohler wendeltreppe ich sehe dich martin springes springes runter und bist mitten in der mp3 ne manches von euch ich hab mir doch gerade speedkohler gekauft o eine runde mitleid hast du ja gerade speedkohler gekauft speedkohler gekauft, runtergesprungen und dann stehen die da alle und dann bist du die explosion von der anderen ablömer gebraucht ich filme auch, ich filme auch speedkohler keine Ahnung die kommen echt bekannt vor so ich weiß nicht das ist mp5k sag mal sollen wir mal mit der gondel fahren die wir noch nicht falsch ja können wir gleich machen ich glaube aber die führt nur zum anfangs oder ich weiß nicht können wir machen natürlich mp5k alter hat ihm die kiste gesehen die kiste? ja im hof ne? ach ne da war sie ja ja da war sie woher ist sie denn jetzt? ach warte bin ich ein hammer alter ich wollte mir gerade speedkohler kaufen kann ich ja nicht springen ist das der letzte? weil ich habe ja gar keine ammo hier orb gefunden warte 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 ich will es eben nicht sehen ähm ja ich weiß jetzt nicht ob ich mir speedkohler holen soll alter oder das ist ja dumm ich brauche ja ammo ist der man ab? mhm er ist sicher dass es genau der orb ist alter weil ich weiß es nicht keine ahnung das wäre schon komisch oder? ich weiß noch auf jeden fall ist dort ein oh ist schon wieder bei mir ey come on ach so schwer ist der nicht geil mit das hat schon ich komme ah du bist über mir stemmen ab bei den aufzügen ja ich komme young ich komme oh bei der ebene bin ich gerade einfach geil die karte ich pack es nicht ey mp5 äh mp5 ammo kostet ja nicht viel ist die op oder nö ich bin stark null null oh katt ja oh gott mir ist das gleiche passiert mir ist das gleiche passiert bei speedkohler Patrick echt? nur habe ich es überlebt ja ich hätte es auch überlebt ja 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 aber wir ignorieren die dich aufzug wie geht es da hin ah ja hier d block ne warte ignorieren die echt? wegen der acid get vielleicht ignorieren die ne ne ich dachte schon weil ich wiesel sozusagen bin oder? bin bei den aufzügen jungs hoch runter hoch hoch einfach hoch da wurde aus panik aufgekauft das zur jan aus panik ok aus helden tun genau danke weil du ein guter mensch bist so auch wieder oh ja ja hm nice ja das ist der gleich nice genau aber wir müssen den gleich gut verfolgen hm hm ich hätte gerne stand up es war auch der 69 gute oder ist er nicht gut welches gut? sv 98 weiß ich nicht alter ja ich probiere es mal aus wie viele punkte kriegt man beim knifen? oh das ist ein snipe ah nicht außer bei ebler so wollen wir den ob jetzt mal knifen? weiß nicht wir müssen alle da mal machen alles klar lass go oh ich dachte er fliegt durchs fenster WTF? na wir kommen der ob auch zu dir ja auch reviveten jetzt pass auf was ist ein diesel für ein knife? ich bin ich jetzt ja mitnehmen nein noch nicht messern wir müssen ihn erst reiten ja martin ist da martin du hast Probleme hm hast du ihn gekriegt? hä? sah so aus als ob ganz viele zombies hinter dir waren und dich geschlagen hm hat sich auch so angehört so hast du mir einen am leben? ja das ist ja ganz schniekel machen wir so schneif mal wow nach unten wow das ist das SV98 scheiss gewesen wie eine K hast du so die verfolgte Kugel Martin? nö ich hab sie nicht gesehen liegt hier ich wollte den hier getötet hat man ja ja zur leiche ja zur leiche ja ja zur leiche oh mein gott ohha die leiche fliegt ooooh papa bist du das? was passiert schick? ist der gut? ja was ist das? jo das ist kein fair trade eh äh hä wo ist er hin? hat den aufgenommen? ähm hat jemand F gedrückt? ne nein oben? warte wir machen einen Crawler chill 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 mit dem hier nein ist er weglaufen warte Musik einfach ne wow ja die ist ja vom Mob ey bleib doch mal bei mir Zombie alter ja ich hab ihn Vorsicht Jan so Crawler wo ist der Stuhl? ok mal kurz anfangs rumgucken hat aber eine F gedrückt den aufgehoben ne ne ging nicht der ist einfach verschwunden weil wir haben jetzt Blut und einen Stuhl oder zu oder das Blut musste weg das Blut musste weg damit die Leiche da liegen kann oder so Gott hat man ein Perk Limit? äh ich weiß ist der Hundepor auf dem Dach irgendwo Stühle sehen normal aus was bist du schon auf dem Dach? ja hier was bist du so schnell dort hingekommen ich glaubste ich hab's der Männer war mir schon da mit der Gondel Kevin? ne ne mit der Gondel sind wir da nicht gefahren ja ja aber da wo die Gondel hingeht da wo nicht man hat kein Perk Limit dann lass mal Gondel ne man hat kein Perk Limit geil jetzt komm ich wieder raus bei der PP ne genau wo muss ich dann lang hier lang D Block D Block D Block D Block was haben wir denn jetzt? gut äh wart ihr schon im Keller mit dem Aufzug wieder? ne wir brauchen noch das Gas um mit dem Flugzeug zu fliegen äh was? echt? stehst du am Flugzeug und da steht da da steht wir brauchen was? ja Gas required yo blau ja wollen wir dann mit der Gondel? ja warte warte Kevin ist noch nicht da glaube ich ich bin gleich da Stimino bin ich da aber der ist nicht da aber Patrick ist doch noch nicht da oder? ja ich bin immer noch äh ich bin da nice lets go kostet die was? ja 750 spinnt ihr ist da noch? lass den Tommy nicht rein tschüss Zombie ich bin mit dir episch komm ey das ist so heftig das ist custom so nicht das haben Leute gemacht das haben Leute gemacht die nicht mehr Call of Duty irgendwie die damit irgendwie so nichts tun das ist der Raum wo die Leiter ist in der Mitte ah ja guck mal ah ok gibt es hier irgendwas? jetzt können wir wieder hoch fahren na gleich wenn man jetzt hier ah jetzt jetzt ist auch das die Barriere dort weg dann kann man hier wieder hochklettern ja jetzt können wir viel schneller zum Flugzeug sein ja scheiße war schon jemand ganz unten im Keller? ja da ist auch nichts ja da ist auch nichts magst du gar nichts ja nix nichts neues Pack up Punch vielleicht ja da kommen wir jetzt ja easy hin einfach heftig router nawet Gas brauchen wir ja hm was hat es mit dem großen stuhl auf sich ja ich würde sagen wir brauchen und tomate pack nehmen wir die gondeln ja noch jemand hier alle sind noch hier martin ist da ja mir das nicht passiert was auf mein kopf bauen soll warum ja was noch hat er kommt einfach nicht jungs patrick kommt einfach nicht ich muss jetzt ein auto das ist die sv 98 das kann ich das sieht aus als ob du gar kein ziel von groß habe ich auch nicht okay so warte wo steht es mit dem gas einfach hoch hüpfen wie einfach hoch also stehst im stuhl ok hier sind stühle das sind stühle bist du da martin ja ja jetzt vorbei da sind stühle oh mein gott da kommt dann nämlich der endboss für den möchte ich keine ahnung gibt den boss also keine ahnung ich hab keine mehr egal das haben wir reingehen einfach eingehen ja alles oder nicht für komplett lehrer ja heute nicht gutes erstmal töten vielleicht besser was das war der letzte wollen wir da jetzt echt hingehen einer fehler auf meiner seite kommt mal die runden zahl an elf video sieht und hier ist eine 6 an der wand ich kann nicht sprinten keine 7 mann könnt ihr sprinten? nein warte warte auf alle 6 6 oh mein gott leute passt auf die zahlen an den wänden auf ich hab nur eine... ich hab nur eine zahl gesehen jetzt hau rein nur eine 6 zahl in die zahl Perfekt kann ich mir money kaufen ey jungs ich will auf jeden fall nochmal packen bevor wir hier irgendwas beenden oder so ruchzeug fliegen ja ich weiß nicht ob es dann Ende ist ich hab Angst davor das ist so schön ich will nicht dass es schon dann aufhört kommen auf die brücke ist echt schön das ist wirklich schön schön als der monet ich will nicht dass es schon zu Ende ist ich pack jetzt so viel weiter ich geh packen ich hab ja noch gar kein Geld ich warte ich spiel hier irgendwo wir wissen wie pack ist wie die Waffentarnung ist bei pack geile Karte man das ist schon wieder der Hammer hier ich schild einfach hier und warte bis vor mir ist komm ich ja ich hab sie gar nicht mal also man kann mir jetzt vier Perks haben hab ich schon gesagt ne? ja so gesagt ich hab nämlich Widow's Vine und Hussu und Jug, Quick Revive, Stamina Speed Cola, Electric, Sherry, Deadshot, Mule Kick aha und holt dann rum dass er keine Punkte verfolgt hat oder? und floppa er laubert nur, er hat nicht so viel Spaß nee, er hat nicht danke Jan so, bitte ich bin Captain Obeat Sherlock, er laubert wie ist das denn hier bei diesen Pfoten? weiß ich auch nicht Bluttatzen oder was? im Anfangsraum wenn du aus dem Fenster guckst dann ich hoffe einfach dass es das noch nicht war alter nachdem wir da jetzt rüber gefolgen sind dann gleich vielleicht brauchen wir ja noch mehr jetzt steht einfach nur Gas bequiet vielleicht brauchen wir vielleicht noch mehr da steht nur Gas ja jetzt wenn wir Gas geben steht vielleicht noch was anderes vielleicht brauchen wir mehr Gas ja auch nein bitte nicht ich kann gleich packe punchen nee, jetzt wird diese Runde sich mal reichen alter ich schmue direkt noch ein oder? ich weiß nicht was ich packen soll, MP5? ich werde dich packen yeah, jemand am letzten getötet das ist nicht meine Schuld gewesen das ist nicht meine Schuld gewesen ey, die musst du packen boah, pack die ich will die auch punchen boah ja, ja, gleich der Beule nach Hause so, wo ist der Runde kommt please wait ey, wir wird sogar ey, das ist nice da wird sogar die Granate angezeigt so ein kleines Bild oh, das ist von BO2 wie die Granate angezeigt als kleines Bild? ja, wenn du eine Granate wirst die Meldung kommt dass du sie aufheben kannst hier ist ne Atombombe Jungs ja, aktivier es den mal aktivier den roten Button weil das sind halt Punkte für uns alle, ne? wer war das? komm, Jan, los gemeinsam du musst zahlen, Auber ne ey, wir können nicht mal rüber wir können ja auch da noch Punkte machen, ne? ich kann packen ich kann das unmöglich bezahlen ich auch du kannst gar nicht packen, oder? äh, kann mal einer oben den... ist einer oben bei den Stühlen der zufällig die Gombine hochkommt? ja, bin ich, aber da steht nur please wait please wait den man darf? ja wer war das? Jan war es ich bin ganz sicher nicht ja, was? ich bin ganz sicher nicht ich bin ganz sicher nicht ich weiß, danke was hast du denn da an Patrick? rpk-t so heißt du? ich weiß nicht wo aus welchem Spiel die stammt voll geil diese custom weapons ich bin ich glaube ich viele ne, ich hab die Battlefield noch nie gesehen obwohl es könnte sogar die MP5 sein von Battlefield also auf geht's ah klar kann sie sein ich weiß es nicht haben wir gar nicht schon mal geredet, ne? über Battlefield vorhin äh, die Sniper, die Jan hat nicht von Battlefield? ja, dann hat er aber ein paar Waffen von Battlefield die hier wahrscheinlich auch äh, die Stühle sind weg äh, wir können jetzt nicht mehr dahin wo wir vorhin waren wo, was mach ich denn? MP5 kommt ja er muss ja nur das ganze dann wird es okay getrun raus zu 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 zu